Kannst du dich mal mit den Geissens treffen? Wie einige von euch mitbekommen haben, sind die Geissens gerade in Dubai. Und zufälligerweise habe ich sie auch schon gesehen. Als ich in diesem Restaurant saß, ist Robert und Carmen ganz entspannt vorbeigelaufen. Das Lustige, wie man sie aus dem TV kennt, Robert voraus, Carmen hinterher. Für euch werde ich Carmen mal schreiben. Und vielleicht hat sie ja Lust auf ein kurzes TikTok-Video. Folgt alle rein und seid gespannt, ob sie antworten wird.